Das Prinzessalbum ist eine Reise. Für mich ist es erstaunlich solig geworden. Abwechslungsreich, trotzdem Power aus der Lase oder einfach diesen Wiedererkennungswert. Zuerst ein langsameres, sehr eingängiges Album. Das zweite hat mehr Power, wie man die Band immer live erlebt. Es ist einfach für mich mehr als wie ein Album. Es ist jeder Song, für sich geschlossen, eine eigene Geschichte. Probieren wir das Ding einfach in Backstage-Räume aufzumachen. Auf Tour im Bus, da schlagen die Hände und sagen, Gott, da ist das Bus-Geräusch drin. Cool, vielleicht kann man was draus machen. Wir sind hier, um ein Ball zu haben. Musik 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 Musik